da kommen wir nicht rein kommen müssen hier rum wo ich habe was gefunden container container oder guck mal die bandagen kannst du alle mitnehmen wieso ja weil ich davon noch 16 stück habe wie viel 16 stück ich kann die leider nicht aufteilen für die jahre geht das kenne ich das problem das wollte ich auch machen aber sie mal eben hier aufs dach guckte mal da unten im gebäude ob er da was findest ich habe mich hier oben was finde das wollte ich auch einmal machen da wollte ich mir so 50 50 für ihn global Inventory erwischt wie sie zum Beispiel kürzlich aus wo wir aus mit hohen und ich kann sagen hier schießt jemand ich komme zu dir und zum Beispiel der Funke auch weiter hast du mich erschreckt nie hier ist so ein Prozent Spieler der sich organen komm mit wir müssen hier durch ich glaube aber von da kam der und da wir müssen aber in diese Richtung zum Museums Outpost wir müssten jetzt nach rechts da ist ein Auto oder ist es ein Golem hier Bandagen für dich danke geradeaus ist ein Golem wir müssen aber darunter jetzt als sie lass den Golem mal gut die Bic Fett Gorilla wollte ich sagen Mann ey heute hab ich aber einen Knoten entzungen aber wir sind gut dabei so guck mal also das ist echt boah das ärgert mich ja ne das merkt man dir gar nicht an boah das finde ich richtig scheiße aber nun gut das ist halt ein Spiel muss man mit rechnen ja nur mit dem Nether habe ich da gar nicht gerechnet ja ich habe ihn noch einmal ja hinter dir vor dir äh vor mir stehen sehen nachdem ich dann endlich mal wieder was sehen konnte als ich angekotzt wurde hä was hä ich kann die nicht anklicken Alter hab ich mich schon wieder erschreckt hier haha Spacko Alter was heilt das ne hier ne mit ja danke ich kann die Kiste hier nicht anklicken ja ich guck jetzt ich kann die auch nicht anklicken geile Kiste ne die ist nicht geil die Kiste das ist eine Arschlochkiste komm jetzt wir müssen weiter ach ich hasse diese Viecher nicht nur du wir gehen ein bisschen hier durch die Hinterhöfe würde ich sagen ja ich hab ein Fahrrad gefunden komm wir fahren eine Runde ach ey ey du hast mich voll erschreckt oh ja warum ich hab gedacht jetzt kommt keine Ahnung was für ein Monster und ich muss wieder laufen wir müssen jetzt wirklich wieder alles ganz penibel durchsuchen ja wir können alles gebrauchen okay so sieht nicht gut aus warte ja komm auf der Straße da ist was wo ich glaube irgendwie rechts von uns wenn du jetzt nach rechts gehst ja da ist ich in der Straße warte 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 wo ist das da kommen wir nicht hin warum da ist das komm mit hier ist ähm da hinten ist die Safe Zone und da tümmelt sich hier tummelt sich gerne alles rum ja da tummeln sich die Tümmler ja die Tümmler die verkackten Delfine die glauben auch die wären niedlich ne ja so lass uns mal hier ein bisschen schnöben ja ich komme hier nicht rein so soll mal gucken dass wir irgendwo hinten rum rauskommen na super ist alles zu komm mit einer Richtung warum denn das jetzt schon wieder ja weil da nichts ist naja aber da ist ja auch nichts wir müssen ja da wieder raus wir müssten ja da hinten rüber wir müssen ja zur Safe Zone yes I know schön vorsichtig wie besser läuft nötig über die unsympathisch hoffen da ist ja was warte 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 ich wusste draußen ja der Crawler sollen wir ok das ging aber jetzt schnell junger Mann ich wollte dem Augenmann noch einen Kopfen machen ähm was wollte ich mal sagen ach so hoffentlich konnte jemand was mit unseren Sachen anfangen mhm so ich hab drei neue Step Points echt wieso hast du die schon wieso bist du so schnell unsere Sachen wird er nicht gefunden haben weil die despawnen danach ganz schnell wieder oh oh scheiß hier draußen ist ein Flieger oh wo ich weiß es noch nicht oh du hörst ihn ja ich höre ihn ich höre ihn der könnte über uns sein auf dem Dach Oh, guck mal, da oben auf dem Dach. Alter, guck mal, da oben auf dem Dach. Rechts und links. Ja, und geradeaus ist die Safe Zone. Da kommen wir doch nie im Leben durch. Doch, das schaffen wir. Pass auf. Wie denn? Ja, bleib doch entspannen. Entspann dich. Ach, du bist ja lustig. Pass auf, das sind... Du nimmst den rechten, ich zieh den linken weg. Oh mein Gott. Du kannst... Nein, nein, nein. Du musst näher dran. Warte, geh mal in die Hocke. Ja, als wenn mich das retten würde. Nee, nee, jetzt ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, da kommt schon wieder ein Crawler, warte. Wo? Okay, weil wir müssen genau durch die Mitte. Und ich glaube, über uns ist der Flieger. Ja, deswegen, das ist ganz schön skand, was du vor hast. Ja, ich weiß, ich mach gern so skand. Geradeaus ist noch ein Crawler. Da hinten sind noch mehr Hunter. Fuck, verdammt nochmal. Bist du sicher, dass wir es tun sollen? Ich hab nur 20 Schuss. Der Crawler kommt. Ja, ich weiß, ich seh. Okay. He's coming. Can I help you? Wer kommt zu dir? Au, warum schießt du nicht? Ich kann nicht weiter zurück, ist schon okay. Kaput ist er. Da kommt er, da kommt er. Der erste Hunter ist da. Geile Kiste. Nummer eins ist tot. Nimm die Sachen mit. Ja. Nimm die Sachen mit. Ich versuche mich zu beeilen. Pack die Sachen ein, lad durch. Okay. Und dann geht's darüber. Lass den runterkommen, ruhig. Den killen wir. Los, komm. Just wait. Just wait for me. Jawohl, ich hab ihm einen gegeben. Jetzt kommt er. Er kommt, er kommt, er kommt er. Boah, ist der schnell. Alter. Da kommt er, da kommt er. Da kommt er. Sehr schön. Alter Schwede, dass du halt übelst. Ich liebe diese Waffe. Komm, los, schnell hier zum Wohnwagen. Da hinten ist noch ein Hunter, ne? Wo? Hier, nimm die Dings mit. Ich kill den. Wo, da hinten? Ja, nimm einfach mit. Hab ich. Der kommt. Geh rückwärts, Gang. Mach ich. Da ist er. Ah, geil. Guck mal, schnell, 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 schnell. Was denn, was denn? Ich hab ja nicht mal ansonstenweise die Möglichkeit hier. Nimm mit, die Sachen. Nein, hier, Pistole. Ich versuche es. Das dauert zu lange. Nimm mit, nimm mit. Auf, ähm, aufnehm technisch. Schaffst du, schaffst du. So, hier, da, ist Blut noch. Ja. Alles aufgepickt. Ich hab einen Ladekreis mitten hier drin jetzt. Was? Ja, hier, guck mal. Ja, ich sehe es. Ist ja lustig. Super, ist jetzt mein Zielfernrohr. 830. Ich glaube. Darum ist der Flieger. Wir sollten nur bei der Ruhe lassen. Komm, lass uns in die Safe Zone gehen. Komm, schnell. Lauf. Nicht laufen. Alter Schwede, das war wieder mal echt verdammt knapp. So, geschafft. Hahaha. Wir haben es geschafft. Komm, komm, schnell, duchen. Das haben wir gut gemacht. Schützenmäßig. So, was haben wir denn jetzt im Inventar? Oh, ich hab ordentlich was. Ähm. Ich muss auch mal gucken. Step Point. Ein, zwei Stück. Okay, jetzt. Stamina. Und ganz. Ja, das war's. So, jetzt hab ich meinen Ladekreis wieder weg. So, alter. Oh, ja kam das? Ach, ja, weil du das vor mir aufgeswitchelt hast. Ah, du warst gerade dabei. Aber du hast ja geschrien, heb auf. Ja, ja, das ist doch in Ordnung. So, ich verkauf mal Sachen, ja? Ja, ich... Oder soll ich mal gucken, ob ich irgendwas craften kann? Pass auf, ich nehme mir mal die Sachen hier. So, was hab ich denn? Ich hab 72 Schuss da. Und dann guck ich mal. Ob ich mir irgendwas craften kann. Wo war das hier? Ich geh mal eben gucken. I'll be back in a few minutes, my dear. Yes, that's very nice. So, let's have a look at. Ey, das ist nicht wahr. Ich hab so viele Pisseplüden und ich kann nix machen. Nee, dir fehlen die richtigen Sachen. Mir fehlt einfach das Richtige. Ja, ups. Was soll ich denn das jetzt hier? Ich verbimmel jetzt alles. Ich brauch die Kohle. Ich brauch das Geld. Was ist denn das? Holt E2Trade. So, ich brauch den Uni. Oh, scheiße. Ich kann nur einmal Muni kaufen. Stappen-Gag-Tri, doch. Aber hier und das Reaper Survived. Schon wieder. Schon wieder. Kanzel. Haben wir nicht noch irgendeinen Laden, wo wir mal anständig irgendwie was tauschen können? Nee, wa? Was hier mit dem blauen? Nee. Ja, da muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Ich guck mal. Muss ich mal gucken. Holt E2Trade. Nein, was? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, mein Ohr ist hier Platz. Alles gut. Ja, dann verkauf ich auch mal. Ja, mach mal. Da. Ihhh. Ihhh. Von Ufo? Ein Auge. Hm, hatte ich auch eins. Das kann man damit anfangen. Äh. Oder in Flieger. Ah, die kann man nur droppen. I see a Flieger. Oh, wie uncool. Die sind so doof. Yes, yes, yes. so das will ich nicht behalten was hast du denn doch ich hatte auch rieber survived schon wieder das sind vielleicht kackviecher hier sind im moment nicht wahnsinnig viel auf dem server die gut ausgerüstet sind habe ich so das gefühl nehmen nicht wirklich immer mehr auch nicht mehr leider das hört sich bei ihm dann wo bist du denn jetzt ich bin hier hinten raus ich wollte eigentlich an dem flieger weg oder hast du eine neue gesetze ich habe eine neue gesetzt aber ich traue den brat nicht denn diesen flieger ich habe nur 18 schuss ich habe 81 was ist der mal versuchen zu umgehen ich komme du liebst hier strömt wir brauchen hier sind sie ganz viele älter er hat sich wir kommen dass es gucken gehen wir brauchen nicht hier was ich höre ein Polar und es wird schon wieder dunkel hier war schon jemand ein mentis jeder weg wir waren schon hier war schon jemand ja nur ich mein unmittelbar an der safe zone sicher dass du nachher gehen da links wird es jetzt auch nicht hergehen außerdem ist die markierung hinter uns er kommt immer näher rechts ist ein crawler komm mit komm mit wo bist du komm rückwärts rückwärts alter war wieder klar lauf ins gebäude komm hier wo bist du denn ouch kannst du nicht mal hören was man dir sagt komm schnell komm schnell da ist der mensch lauf da bin ich safe zone komm wo bist du ich kann nicht ich hänge hier fest oh mein gott in dem anderen gebäude kommen die ganzen anderen sagen ja ơi der mensch kommt hier nicht rein was auf was denn hinterher kommt fack jetzt raus hier auf die andere straßenseite ich laufe ich laufe lauf 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 verdammt noch mal lauf einfach komm nix wie die sachen haben ich sagen bist du irre ich komme dir helfen so waffenteile der mensch hängt in dem gebäude fest siehst du das sie das packt ein die sachen muss wo kann hier auf einmal her die säcke ja hier ist irgendwie nest ja warte ich habe ja hier noch ich nehme mal ich habe keine muni mehr so oder hier oben ist wieder ein watcher ich habe elf schuss nur noch aber die sachen sind auch glaube ich alle schon die spieler pass auf den mentis aufschätzen ja ich weiß das scheiße ich sie in der hand auch kommit wir gehen in die safe zone eine runde schlafen sowieso blöd weil es dunkel wird wir haben aber heute ne ja heute haben sie mit uns ja ich glaube wir sollten noch mal ein paar klamotten verkaufen naja hier ist auch ein spielerin ja auch ich habe ich was noch mal super eine pistole mehr bräuchte ich die entlobten wir mal und verbimmeln die zack und zack und zack so ich glaube ich habe noch blut das könnte ich noch verkaufen aber hast du muni elf schuss für die dings ne ja die ist so teuer ja ich weiß so richtig schweineteuer warte mal einmal kann ich mir glaube ich kaufen ich guck mal eben im store ähm wo ist sie denn wo ist sie denn da ist sie 235 kostet die und sie sind nur acht schuss tja das ist natürlich scheiße ne ja aber hol ich mir weil die macht verdammt viel damage ich habe nichts mehr im global inventory ähm ich bin glaube ich irgendwie grad ein bisschen aufgestiegen ja mal eben character ja ich habe vier step points und das ist gut ich könnte mir 60 schuss munition kaufen ok vier dann machen wir da ein da ein da ein da ein und die einmal jetzt habe ich keine punkte mehr hast du punkte zu verteilen schätzelein warte ich muss erst mal muni kaufen muss gleich mal gucken ja ich kann leider nichts anderes kaufen mehr so ich habe mich jetzt erst mal soweit es geht ausgerüstet äh stat points weiß ich gar nicht habe ich die points ja neun stück megan wer ist megan ach da bist du ich kann sagen warum hast du dich verwandelt so ist das nicht ich mal von vorne angucken du siehst witzig aus ok ich glaube wir sollten unseren herzschritt machen zu liebe gleich mal ein häuschen ein ja das wäre nicht schlecht zumindest da es ja wieder dunkel ist jetzt gehe ich da bestimmt nicht raus die nacht überstehen genau da machen wir jetzt an dieser stelle einen kleinen break um unser alter schwede das war scheiße ich habe level 10 erreicht äh ich bin begeistert warte mal ich guck mal eben character ja level 10 ganz toll ähm hey ja hey ja wir werden mal gucken wie weit wir kommen ja und äh dann werden wir sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn wir dann hoffentlich nicht sterben werden ich hoffe es mal wir werden sehen ne genau dann sagen wir einfach hier an dieser stelle bis zum nächsten mal tschüssi tschüssi kowski 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 tschüssi kowski